Wie fei, so verliebt posieren Sarah Julian Engels in Rom. Da knistert es immer noch. Sarah Engels, 30, und ihr Mann Julian, 29, sind seit über einem Jahr verheiratet und die gemeinsame Tochter Solia kam im Dezember 2021 zur Welt. Was für ein tolles Team die Sängerin und der Ex-Kicker sind, beweisen sie immer wieder im Netz. Zuletzt erlebten sie eine romantische Zeit in der italienischen Hauptstadt, und wie verliebt Sarah und Julian sind, zeigten sie mit niedlichen Schnappschüssen. Auf seinem Instagram-Account gewährte er Einblicke in ihre Reise. Julian und Sarah posierten gemeinsam und konnten wohl nicht anders, als sich abzuknutschen. Ich habe Wi-Fi auf Pasta und Espresso in Rom eingeladen, schrieb der 29-Jährige zu der Bilderreihe und verdeutlichte damit einmal mehr, das Ehepaar ist total verliebt. Auch an ihren Gesichtern kann man erkennen, wie glücklich die Influencer zusammen sind. Das schwappt wohl auch auf ihre Fans über, die das Posting zahlreich kommentierten, wunderschöne Bilder und, was für ein schönes Paar ihr beide doch seid. Hinterließen beispielsweise zwei Josa-Liebe-Worte. 2. 2. 3.